Moin Moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV, dem Inselfernsehen. Die Fußballschule von Hannover 96 gastierte in der vergangenen Woche auf Sylt. Im November finden in Wenningstedt-Bradarup zum ersten Mal die Hundstage statt. In der Norddörfer Halle herrscht in den kommenden Tagen Hüpfburgenalarm. Am Samstag wurden in List Strandkörbe versteigert und am Sonntag fand in Keitum eine Weinlese statt. Außerdem gibt es eine Neuerung bei uns im Programm. Ab sofort nehmen wir sie in jeder Sendung mit auf eine Zeitreise und zeigen Ihnen das alte, vergangene und teilweise vergessene Sylt. Die alten Filmaufnahmen stammen größtenteils aus privaten Archiven und wurden vom Sylter Dirk Jakobsen zusammengetragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Die Fußballschule von Hannover 96 ist zu Gast im Tinnumer Sportzentrum. 46 Jungs und Mädels, Sylter-Kids und Urlauberkinder lernen vom Trainerteam um Jürgen Holecek, dem Leiter der 96er Fußballschule, den Umgang mit dem runden Leder. Was erleben die Kids in den Tagen der Fußballschule hier auf der Insel? Also fünf Tage hochinteressantes Training. Sie sehen ja auch selber, die Begeisterung ist wieder riesig. Ob bei den kleineren oder bei den größeren oder bei den mittleren, bei den Torhütern, wir trennen ja alles. Die haben also einen Spaß, eine Freude. Das macht uns Trainer natürlich auch sehr viel Spaß, das mitzuerleben. Es ist einfach phänomenal wieder hier auf Sylt. Wann kommt ihr das nächste Mal? Dezember, 27. Dezember bis zum 30. in der Halle, hier in der wunderbaren Sporthalle in Tinnum. Wird auch eine tolle Aktion mit circa 40 Kindern. Auch da freuen wir uns wieder riesig auf diese Aktion. Die Fußballschule von Hannover 96 kommt seit einigen Jahren regelmäßig auf die Insel in Kooperation mit dem TSV Westerland. Die Trainingstermine werden so gelegt, dass auch Sylter Kinder die Möglichkeit bekommen, an so einem tollen Fußballtraining teilzunehmen. So wie die zehnjährige Anastasia. Die hat ihren Platz im Camp bei Sylt TV gewonnen. So Anastasia, erzähl mir mal bitte, wie lange spielst du schon Fußball? Ich spiele jetzt schon seit einem Jahr Fußball. Und macht es dir Spaß hier mitzuspielen? Wie gefällt es dir hier? Wie gefällt dir das Training? Ja, es gefällt mir hier ganz gut. Die Trainer sind ganz nett und die Mitschüler hier auch. Trainiert wird täglich jeweils von zehn bis zwölf und einmal zusätzlich am Nachmittag. Was trainiert ihr in den Tagen hier? Alles mit Ball. Technik, Koordination, ganz viele Bewegungsübungen und vor allem viele Erfolgserlebnisse. Dass die Kinder wirklich mit dem Erfolgserlebnis nach Hause gehen und sagen, ich habe etwas gelernt. Das ist ganz wichtig. Der Ball ist immer im Vordergrund, grundsätzlich. Neben dem Training gibt es für alle Kinder eine komplette Trainingsausrüstung, eine Eintrittskarte für ein 96er-Heimspiel, eine Urkunde, eine Siegerehrung mit Getränken und einem Snack, einem großen Abschlussturnier und die Chance an der Teilnahme zum 96er-Talenttag. Mitmachen geht ab sechs Jahren, wobei auch Fünfjährige, insofern sie mit einem Ball umgehen können, teilnehmen dürfen. Auch bei diesem Camp hatte ein Fünfjähriger jede Menge Spaß. Teilnahmeplätze fürs Fußballcamp vom 27.12. bis zum 30.12. gibt es noch Infos zum Camp und die Anmeldung könnt ihr euch unter der eingeblendeten Homepage anschauen. Sylt ist nicht nur ein Urlaubsparadies für Menschen. Auch Hunde fühlen sich pudelwohl auf der Insel. Und so geht es vom 3. November bis zum 11. November echt tierisch zu. Im Familienbad Winning steht Praderup bei den Hundstagen. Chordirektor Henning Sievertz, selber Hundebesitzer, hat die Idee der Hundstage mit seinen Mitarbeitern umgesetzt. Es geht uns eigentlich darum, zum einen, wir sind ja hier in Wenningstedt, verstehen uns als Familienbad und für viele gehört der Hund halt auch zur Familie, ist ein Familienmitglied. Und zum einen ist man natürlich mit Hund hier auch willkommen, zum anderen geht es aber auch darum, das Ganze funktioniert auch nur, wenn entsprechende Regeln eingehalten werden. Also wir wollen zum einen dann Gäste mit Hund hier in Wenningstedt auch willkommen heißen, wollen auch zeigen, dass wir auch dafür ein Angebot bieten, wollen aufmerksam machen auf die Zeit, auch die ruhigere Zeit, wo es auch mit dem Hund mehr Möglichkeiten gibt, den Urlaub hier in Wenningstedt-Praderup auch wirklich zu genießen. Man kann sich am Strand ja in der ruhigeren Zeit deutlich freier bewegen. Man kann an alle Strandabschnitte ran. Das ist in der Saison zwangsläufig wegen des höheren Personenaufkommens natürlich schwieriger und auch über die Satzung eingeschränkt. Es geht uns auch darum zu vermitteln, worauf muss ich denn achten, wenn ich mit Hund hier Urlaub mache, um wirklich für alle Beteiligten, Menschen mit und ohne Hund, auch einen stressfreien Urlaub zu haben. Es sind also wirklich verschiedene Motivationen, die dazu geführt haben, hier ein solches Angebot speziell für diese Zielgruppe zu machen. Im Rahmen der Hundstage erwartet die Urlauber ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm rund um den Hund und besondere Angebote einzelner Vermieter und Gastronomen. Ja, es ist ein ganz gemischtes Programm. Das heißt, wir haben zum einen viele Vorträge zu aktuellen Themen, also zum Hundeführerschein, der zum Beispiel schon in vielen Bundesländern Pflicht ist. Wir haben Vorträge von Ärzten. Wir werden einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde anbieten. Wir werden ganz eng mit dem Gebrauchshundesportverein hier auf Sylt zusammenarbeiten. Die machen Übungsbetriebe, zu denen die Gäste mit Hund dann auch herzlich willkommen sind, können da gern dran teilnehmen. Genauso wie es ein Tipps und Tricks zum Hundetraining dort geben wird, wo jeder lernen kann, wie gehe ich mit meinem Hund richtig um, um ihn auch entsprechend zu trainieren. Wir haben auch so Nebenthemen. Wir haben eine Fotografin eingeladen, Jana Weichelt. Das ist die Tierfotografin von dem Buch Hunde in Bewegung. Die macht auch an zwei Nachmittagen einen Workshop, wie kann man seinen Hund selber fotografieren. Wir machen auch Spaziergänge, eine Wattwanderung, wo die Hunde dann ausnahmsweise auch mal in Begleitung dabei sein dürfen. Ausführliche Infos zum Programm gibt es unter www.wenningstedt.de. Die Karten für die kostenpflichtigen Veranstaltungen gibt es bei den Insulan-Vorverkaufsstellen oder unter www.fibus.de. Für die kostenfreien Veranstaltungen melden Sie sich bitte unter www.hundstage-at-wenningstedt.de an. Der Tourismus-Service Wenningstedt-Bradarupp hat eine tolle Aktion für Kinder auf die Beine gestellt. In der Norddörfer Halle gibt es bis zum 20. Oktober ein schönes Kinderprogramm. Drei große Hüpfburgen und allerlei andere kleinere Spielgeräte können täglich von 13 bis 18 Uhr genutzt werden. Sylter Kinder und natürlich auch alle Urlauberkinder sind herzlich eingeladen. Der Eintritt kostet pro Kind 6 Euro. Erwachsene dürfen umsonst rein. Essen und Getränke können gerne mitgebracht werden. Die perfekte Idee, dem schlechten Wetter zu entfliehen. Die Listerkur-Verwaltung hat am Samstag 40 Strandkörbe aus ihrem aktuellen Bestand versteigert. Die Sylter Originale haben alle viele Jahre am Listerstrand für das richtige Inselfealing bei den Listurlaubern gesorgt. Im Hafen konnten die Strandkörbe vorab besichtigt werden. Und genau dieses Syltfeeling wollen viele mit nach Hause nehmen. Im Zentrum für Naturgewalten fand die offizielle Versteigerung statt und es war richtig voll im Saal. Die 40 Körbe waren heiß begehrt. Auktionator Ali Reza Jasimi führte durch die Auktion. Der Shanty-Chor de Giselausschippers aus Albersdorf sorgte während der Veranstaltung für die richtige maritime Stimmung im Saal. Und Auktionator Ali Reza Jasimi brauchte oftmals ganz viel Luft. Auch Nichtbieter hatten während der Auktion eine Menge Spaß. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Seit vier Jahren wachsen zu Füßen der altehrwürdigen Kirche St. Severin im Ostteil der Insel Weinstöcke heran. Wir sind hier in dem Weinberg im nördlichsten Weindorf Deutschlands, Kreithum. Das ist der Weinberg, den wir 2009 angelegt haben, nachdem das Land Schleswig-Holstein Anbaurechte für das Bundesland vergeben hat. Wir haben uns 2009 entschlossen, das hier auf Süd zu realisieren und haben hier 3000 Quadratmeter Wein angepflanzt, 1625 Rebstöcke. Das ist jetzt vier Jahre her, vier Jahre. Danach haben wir zum ersten Mal jetzt die Situation, dass wir eine schöne Ernte einfahren werden. Wir haben hier reife Trauben. Bei bestem Wetter trafen sich am Sonntag viele Freunde, Wegbegleiter und einige Rebstochpächter am Weinberg, um die erste Weinlese mitzumachen. Für Christian Rez war der Weinanbau auf Süd eine große Herausforderung. Der Winzer entschied sich für die Rebsorte Solaris, eine Sorte, die gut mit den klimatischen Bedingungen auf Süd klarkommt. Das Jahr lief nicht optimal. Ungünstiges Wetter während der Blütezeit hieß, am Ende weniger Ertrag. Aber die viele Sonne im Sommer hat die Trauben prima reifen lassen. 555 Rebstöcke sind verpachtet und einige Paten waren gekommen und ernteten fleißig mit. Der Lohn eine Flasche Wein. Trocken und fruchtbetont wird der Kai-Thoma 55 Grad Wein ausgebaut werden. Der Edeltropfen dürfte heiß begehrt sein, denn nur wenige Flaschen gehen in den Handel. Der folgende Filmbeitrag wird präsentiert von der freundlichen Apartmentvermietung Üshüs von Sabine Jakobsen in Westerland. Wir gehen zurück in den Sommer 1977. Im Listerhafen ging es da noch beschaulich zu. Die alte Sylt-Fähre war da noch unterwegs und brachte die damals noch nicht so zahlreichen Sylt-Urlauber auf die Insel. Und besonders schön, der Ahle-Stand von Jürgen Gosch, so hat damals alles begonnen. Daran können sich sicher noch einige Sylt-Urlauber von damals erinnern. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Der groß angelegte Blitzer-Marathon in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag durchgeführt worden. Im Vorfeld hatte die Landespolizei die 500 Kontrollstellen im Land bekannt gegeben. Auch auf Sylt wurde die Geschwindigkeit an zwei Messpunkten in Westerland kontrolliert. Die Autofahrer auf der Insel waren spürbar ruhiger unterwegs und das war mit der Blitzer-Aktion ja auch so gewollt. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden im großen Maße eingehalten. Bei tödlichen Verkehrsunfällen und Unfällen mit Verletzten ist nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit Unfallursache Nummer 1.